Hallo und herzlich willkommen! Paul Ochsenhofer von RE-MAX wieder mal vor der Linse. Schön, dass ihr bei mir reinschaut. Ich befinde mich hier in der Paulusgasse Nummer 3, in einem der beiden erst kürzlich fertiggestellten Tenthäuser. Ich habe jetzt das große Vergnügen, die Wohnung erstmalig komplett fertiggestellt und möbliert besichtigen zu dürfen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut baff. Es schaut super aus und man fühlt sich echt sehr wohl hier. Das können Sie mir wirklich glauben. Die Wohnung hat 134 Quadratmeter plus 27 Quadratmeter Terrasse, Dachterrasse auf der Wohnebene von diesem Bereich aus, ebenerdig zu begehen. Es sind insgesamt vier Zimmer, also drei Schlaf- bzw. Arbeitszimmer, je nachdem wie man es nutzen möchte. Und ein großer Wohn-Lounge-Bereich mit dem Ausgang auf die Terrasse, das ist wirklich ein Traum. Das muss ich wirklich sagen. Sie haben den großen Vorteil, dass Sie hier keinerlei Kaminwände mitten durch die Wohnfläche oder so irgendwas haben, wodurch natürlich noch einmal ein extra an Großzügigkeit entstehen kann. Die Wohnung ist tiptop ausgestattet mit herrlichen Böden, super Fenstern, einer Klimaanlage und allem, was das Herz begehrt. Ich freue mich, euch demnächst hier bei einem Open House begrüßen zu dürfen oder gerne auch bei einer individuellen Besichtigung, sollten Sie beim Open House Termin keine Zeit haben oder es einfach nur verpasst haben. Ich freue mich auf euch, euren Kontakt. Bis bald, euer Power von Remix. Ciao!